So, haben wir da rein, drei Sticks, genau da kommen die gebrannten Sachen schon mal da oben hin. Zack, ja, ich bin ja einmal, ich habe das bei der letzten Aufnahme glatt vergessen, dass ich schon so gut ausgerüstet bin. Ich habe mir gesagt, wo ist denn das ganze Zeug, das liegt ja alles rum. Das liegt ja alles rum. So, dann tue ich euch da noch mit dabei. So, das liegt ja alles rum. Und ich weiß, ich habe das vergessen, dass ich mir was zu essen gemacht habe. So, dann wollte ich in den Neta, ah, genau, in den Neta wollte ich rein und mir für die indirekte Beleuchtung ein bisschen Ding ins Kirchen holen. So, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht habe ich ja die Schweinepriester jetzt dummerweise im Neta auch so. I, äh, T, aber ich glaube nicht. Sollte eigentlich alles prima sein. Was macht eigentlich die Karte dann, wenn ich im Neta bin? Dann zeige ich die an. Wo bist du, Schweinepriester? Weg ist er. Und dann erfolgt erzielt. Ein bisschen die Kühe. Und Hühner und Schafe im Neta. Ich werde verrückt. Hallo. Hallo. Ja. Hier werden natürlich gegrillt, wenn er da so rumlauft. So, das ist jetzt natürlich super gefährlich, ja. Dann gehen wir hier mal schön durch. Ah, okay. So ist denn hier irgendwo noch Kloston. Das hat wahrscheinlich jeder sich schon alles geholt, was an Kloston hier abzufarmen ist. Wenn ich, ne, da ist noch, ne, das ist kein Kloston, das ist ein Feuer. So, ist hier noch Kloston irgendwo? Ne. Dahin vielleicht. Da ist noch Kloston. Da muss man erstmal hinkommen. Okay. Super gefährlich hier, was ich hier mache. Ich komme mir jetzt vor wie eine Art, der also auch im Neta herumläuft und sich die... Aber das ist gut gemacht hier. Da kann ich mir nämlich dann die Sachen merken. Wie man da wieder zurückkommt. So, wo war denn jetzt der Kloston, den ich gesehen hatte? Ist das der da hinten? Ach du Scheiße, da komme ich ja nie dran. Äh, da oben ist noch... Ne, das ist Quarz. Hallo? Wo ist denn hier Kloston? Also hier ist nichts mit Kloston. Sagte mal, geht das ja mit Home? Dann müssen wir mal gucken. Spawn. Funktioniert. Also ich könnte eigentlich in eine Richtung laufen und mich dann wieder zurück nach Hause teleportieren. Das machen wir doch. Das ist ja egal. Das geht ja. Wir kommen ja aus dem Neta, falls ja jetzt nicht irgendwelche Scheißfehler passieren. Ich kenne das aus dem Let's Play. Na, da bin ich einmal aus dem Neta, wenn man so will. Also hier war nix. Wo war denn dieses Ding, was da kommt? Hier unten ist die Kuh jetzt. Hallo Kuh. Schaf. Huhn. Echt verrückt. So, man könnte hier mit Wasser... Äh, Wasser geht hier natürlich nicht. Ich würde gerade sagen, mit Wasser. Können wir natürlich wunderbar hier... So, da waren wir durchgegangen. Da war nix. Gehen wir mal hier rum. Und wo kommen wir hier hin? Eben ist wohl doch, hier geht's raus, oder? Hier hat einer auch verzweifelt versucht, nach Nähtag zu farmen, äh, nach Closeturn zu gucken. So, dann machen wir das jetzt mal. Wir gehen einfach in eine Richtung. So lange, bis wir Closeturn gefunden haben. Und wir können uns ja jederzeit mit dem schönen Home-Befehl wieder... Oh, gefährlich. Mit dem schönen Home-Befehl wieder zurück teleportieren. So, was haben wir jetzt dabei an steckbarem Zeug? Nix. Doch, ein bisschen Koppel. Also müssen wir Treppen bauen. So, das ist jetzt sehr unglücklich hier. Hier unten ist ja... Naja, gehen wir mal hier rum. Da oben hat sich einer hochgesteckt. So. Gehen wir mal hier lang. Was ist das? Orange Lava. So, was haben wir hier? Noch mehr Lava. Gibt's Endermänner im Neta? Ist ja ein Ding. Da rechts. Guckt mal da hin. Ich will ihm ja nicht in die Augen gucken. Da ist wieder Closeturn. Aber das hängt natürlich so blöde. So. Da oben waren wir hier gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ich will mich jetzt auch hier nicht so durchbauen. Ich wüsste ja, wie das ist. Hier sind ja so ganz kleine, feine Lavaquellen drin. Oder ich mach das mit Kürbisköpfen. Das funktioniert ja genauso. Aber... Ich möchte ja eigentlich da mir die... Das ist mir echt zu gefährlich da. Also, ein bisschen intelligent bin ich ja schon. Würde ich mal so sagen. Hopsa. Das war jetzt gar nicht so intelligent. So. Was hast du denn da gemacht? Gehen wir mal hier weiter. Hier hat einer was markiert. Ach, hier waren wir. Das ist der Eingang. Das ist unser Eingang. Oh, zum Normalacht. Dann gehen wir mal hier durch. Wo war jetzt gerade schon mal gewesen? Und wo war denn das jetzt hier? Also hier war es jetzt nicht. Ich war, glaube ich, hier hochgegangen. Genau. Gehen wir mal hier weiter. Hier hat ja schon einer angefangen. Was ist das? Das ist Kloster. Und das hängt natürlich über der Lava. Also wir gehen jetzt hier mal geradeaus weiter. Fertig. So lange, bis wir... Was hast du denn hier genommen? Wenn man die Scheiß an, die sieht ja genau. Das kann man auch zu nichts anderes gebrauchen. Da sind meine besten Freunde. So. Ich würde ja gerne da drüben hinten. Aber das ist natürlich ganz, 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 ganz blöd so. Jetzt muss ich sogar die Diamant... Das ist natürlich blöde, weil die sich dann doch unheimlich schnell abnutzt eigentlich. Aber man muss ja hier hochkommen. Hier war, glaube ich, noch keiner. Oder? Doch. Irgendwie schon... Da oben war auch schon jemand. Da ist noch... Nee. Das ist Quarz. Ja, sicher war hier schon jemand, wer setzt... Wie kommen denn hier noch die Fackeln dahin? Ich möchte mich auch nicht in die Wand da eingraben, ehrlich gesagt. Bist du friedlich? Bist du friedlich? Sind die hier friedlich oder wie? So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist erstmal Sack und Gasse. Jo. So was. Da unten geht es auch weiter. Da könnte man auch nochmal lang gehen. Hier hat sich auch schon einer rüber gegraben. Hier hat sich einer mit Glas hochgesteckt, also. Freunde. Ist das nicht ein bisschen Verschwendung? Wahrscheinlich hat er aber da nichts dabei gehabt. Ja, Pilze. Ach, vielleicht nehmen wir mal ein paar Pilze mit. So, hier sind schon überall Leute gewesen, die sich da den Koppelstein rausgeholt haben. So ist das. Die Koppelstein rausgeholt haben. Die Klos-Ton. Darf ich mir in der Abbau? Will eigentlich ein neues Liter Portal bauen. Wie ist denn das? Denn da kommt man ja dann relativ weit. Dann herum. So, hier war ja auch schon jemand. Hier stehen ja überall Fackeln. Huch. Jetzt nicht schubsen, Freunde. So. Ich glaube, bei Minecraft 10 geht das ja. dass man schubsen kann. Huch. Oh, wei. Vielleicht sollte ich da oben irgendwie mal hin. Ist man da an der ganz großen Decke oder geht es da noch weiter? Ist das ein Zwischenraum? Ja, ich weiß, manche Leute haben echt nichts anderes zu tun, als Klostern zu verharmen. So, was ist das? Das ist Kies. Gibt es das natürlich? Oh, hier ist einer durchgegangen. Vielleicht geht es ja zu einer weiteren großen Höhle. So ist es, in der auch das ganze Klos-Ton weg ist. Ah, Freunde, der Opa, der will doch. Jo. Opa will auch Klos-Ton haben. Kriegt er aber nicht. Kriegt er aber nicht. So, ich gucke mal immer auf die Minimap. Ist doch ganz gut, dass wir die dabei haben. Die zeigt ja hier im Höhlenmodus an. Respektive im Neter-Modus. So, da könnte man da so quer durch. Oder hier. Da ist dann eine Höhle. Da könnte ich allerdings da auch außen rum laufen. Wenn ich das so richtig sehe. Moment, wo geht es hier lang? Nirgendwohin. Manchmal gibt es den Klos-Ton ja auch irgendwo. Ziemlich niedrig. In Bodennähe, sage ich mal. So, jetzt kommen wir hier hin. Das heißt, hier müssten wir irgendwie so quer durchgehen. Bauen wir uns hier mal durch. Also da müsste dann ja... Vorsicht mit. Ich brauche kein Quarz. Ich komme mir vor, wir stiegen im Neter. Jetzt warte ich nur noch auf den großen Ausbruch an Lava. Aber wir haben hier die nächste Höhle erreicht. Und siehe da. Es gibt hier Clowstone. Ach, ist das schön. Übrigens sollte ich mal was essen. Es gibt hier Clowstone. Und der Clowstone ist abzubauen. Herrlich. Ach, ist das schön. So, da kann ich das nämlich... Wieso leuchtet der Clowstone hier unten nicht? Zum Teil. So, alles mal mitnehmen. Nichts verrotten lassen. So viel gibt es nicht in dieser Welt an Clowstone. So, das war das Erste. Und dann... Ich glaube, diese Höhle hat noch keiner so richtig abgegrast. Pass auf, dann machen wir das mal so, dass wir hier die erreichbaren Clowstone-Vorräte... Z.B. da. Ist er erreichbar, oder? Na ja, gut. Nicht unbedingt so erreichbar, aber... Vielleicht haben wir ja noch einen, der etwas näher ist. Z.B. da hinten. Das ist fast in... Mundgerecht hier. Vorsichtig. Denn hier ist auch ein bisschen Lava irgendwo in der Nähe. Ich glaube, das reicht dann erstmal hier. Hoffentlich finde ich das dann auch noch wieder. So, wir sind auf... Kann ich mir eh nicht merken bis dann. Aber ich könnte mir es ja dann in der Aufnahme der Mühle angucken. Also minus 25,90. Da haben wir... Clowstone gefunden. Wie viele Clowstone habe ich jetzt? Oh ja, ein Stack. Und ein bisschen. Vielleicht noch einen. Das ist dann genau der eine zu viel. Aber da oben. Das sieht relativ... Vorsicht, nach unten gucken immer, ja. Also hier könnte immer Lava und Löcher sein. Habe ich dem... Enny hat gerade in sein Stammbuch geschrieben. Hier ist auch noch... Ah, das ist in der Nähe. Hier, da kommt man dran, oder? Da kommt man dran, ja. Da kommt man dran. Irgendwie kommt man da dran. Aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, wenn ich mich hier so hinstelle, kann nicht viel passieren. Dann nehmen wir mal eine Schicht weg. Das ist ziemlich mutig, was ich hier mache. Nicht wegen der Schweinepriese da unten, sondern... Ich glaube, ich lasse das. Da kann ich noch was mitnehmen. Hier stellen wir uns mal drauf. Gucken mal, was wir noch so mitbekommen, ja. So, hier stehen wir über den Lava, Tee, Home. So, pfff, gute Nacht.